Bisschen Energieauflade riechst, ist auf jeden Fall immer gut. Ich wusste, ich bin aber wirklich bekloppt, ne? Da ist der Notausgang. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Treppenhaus, alles klar. Seh dich! Warum hab ich hier eigentlich volle Energie? War das ein großes Midi-Pack oder sowas? Wenn es hier sowas gibt. Zentrale, hier Wagen 5. Ein Team ist bereits Mord. Okay, erstmal gucken, wie man Leiter runtergeht. Ne, sowas, genau. Das war, glaube ich, eine ganz lange Leiter, nämlich zum Ende. Dann bin ich von da runtergefallen und bin gestorben, weil ich zu tief gefeilt bin. Ich bin sowas in Richtung Wadert. Nein! Lassen Sie Ihre Waffe fallen! Steve Rowland. Ich verhafte Sie wegen Mordes an William Sheridan. Okay, gefangen. Gut, das FBI ist uns auch noch auf den Fersen. Gut, wir haben einen Präsidenten töten. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie von Ihnen sagen können, muss nicht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht. Was ist jetzt der beste Anwalt, wenn man sich an nichts erinnern kann? Okay, wir scheinen 67 geboren worden zu sein. Zumindest sah es so aus. Aber ich finde, wir sehen ein bisschen älter aus, ne? Wobei, ich weiß nicht, wann das Spiel jetzt spielt. In welchem Jahr. Auf jeden Fall, FBI hat uns jetzt erwischt. Und frage ich mich jetzt selbst nur, wie hat das FBI erfahren, ob wir überhaupt bei der Bank sind, ne? In Ihrer Aussage haben Sie behauptet, dass Sie sich nicht wie ein Killer fühlen. Rührend. Aber Sie werden verstehen, dass ich mich nicht mit Gefühlen zufrieden geben kann. Für mich zählen Beweise. Und die sind erdrückend. Emery, die Bilder bitte. Schauen Sie sich dieses Foto an. Sehen Sie den Einschlag am Hinterkopf? Wo ist die Kugel Ihrer Meinung nach hergekommen? Dieses Gebäude dort. Sehen Sie? Es liegt genau in der Schusslinie. Und wen haben wir hier? Nun, muss ich erst einen Spiegel besorgen? Oder wollen Sie endlich die Tat gestehen? Agent Scott, auf Leitung 1. Also, wo ist die Akte? Schlechte Nachrichten, Colonel Amos. Steve Rowlands Militärakte ist aus dem Pentagon verschwunden. Die Jungs dort bestätigen, dass ihr Mann vor zwei Jahren auf einer Mission in Mexiko getötet wurde. Nun, dann haben wir eine kleine Überraschung für seine Witwe. Aber bevor wir Ihre Auferstehung bekannt geben, Captain Rowland... Was zum Teufel geht hier vor? Nichts bewegen. Ich werde dich von den Handschellen befreien. Schön, dich zu sehen, Steve. Hör zu, Mongoose hat dich entdeckt. Wir treffen uns auf dem Dach. Und lass die FBI-Männer am Leben. Okay? Die Frau aus der Bank. Ich wollte gerade sagen, das war doch die gleiche Frau, die wir in Erinnerung gesehen haben. Zumindest sah sie so aus. Aber ich hätte doch gesagt, dass sie 20 bis... Also Nummer 20 bis 1 töten möchte. Was habe ich da für ein Dokument gefunden? Was ist das? Was ist das? Auch nichts, okay. Alles klar, wir können uns doch hier nochmal so ein... Ups! Einfach nur zerstören. Finde ich gut. Aschmecher nehmen. Besser ist das. Töten darf ich ja niemanden. Machst du Witze? Warte. Sie haben gerade die Tür hochgejagt, oder? Hä? Was? Haben die eine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben? Okay. Wenn ich kein Töten soll, dann sollte ich mich vielleicht auch wirklich unauffällig verhalten. Ist ja jemand drin, ey. You're safe. Shit. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Sehr gut. Ey, 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 ey. Was machst du da? Was machst du da? Ah! Was? Nein, ich hab mich hier gest... So ein Kacke. Stürf, 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 stürf. So, auf die Hirse. Schön auf die Fontanelle. Oh mein Gott. Ja, und die haben mir garantiert alle Waffen weggenommen. Es wäre so lustig, wenn ich die einfach mit so einem alten Brötchen erschlagen könnte, oder so. Aha. Huch! Game over. Okay. Von mir aus. Ah, was ist da jetzt drin? Sieht eigentlich auch nach Munition aus. Oder? Ah, okay. Was ist hier drin? Nichts, da könnte ich mich vielleicht sogar dran verstecken. Weiß ich gar nicht. Ne, funktioniert glaube ich nicht. Oder? Schauen wir mal. Moment. Ne. Wir sind zu fett. Okay. Entschuldigung. So, lange kommt auch die Allergie, wenn das Wetter schöner wird. Okay, jetzt haben wir hier einen Serverraum. Das ist irgendwie auch so gut bewacht, wahrscheinlich. Oh, Medipack. Ich liebe dich. So, was ist das jetzt hier? Kann ich zerstören? Aber komm ich doch niemals rein. Was soll ich hier? Wird natürlich echt, wenn man so ein Studio in der Hand hat, dann ist das halbe Sichtfeld einfach blockiert. Bums! So, du Penner. Hast verdient. Oh, Lochkarten. Alter. Okay, das Spiel kommt jetzt wirklich nicht aus den 90ern. Game over. Finde ich aber auch cool. So ein leichter Fourth World Wake. Ähm, weil die hier das Ubisoft-Logo verzerrt haben. Können wir da mal was anderes? Ach, ne Flasche. Kann man auch mal gut benutzen. Kapuff. Mein Gott, Sie stürmen das Gebäude. Wer sind denn Sie? Keine Ahnung, aber Sie haben meinen Reichen. Pff, packstreif. Wir haben Raketenmeer, hab ich ja gerade richtig gelesen. Okay, ich verpiss mich. Ihr könnt mich mal. Ich bin raus. Ihr macht das schon unter euch aus. Ich mach das sehr gut. Oh, fuck. Oh, fuck. Alles gut. Ich bin schon weg. Hier ist, glaub ich, gefährlich, ne? Das geht eigentlich. Kann ich hier was tun? Ne. Scheiße! Die können sich... Die kommen auch durch die Schächte durch. Das ist uncool. Damit hab ich nicht gerechnet. Nirgendwo. Ah, fuck. Da komm ich nicht durch. Komm, stirb, 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 stirb. Fuck, 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 fuck. Okay, dich kann ich töten. Okay, dich kann ich töten. Nein, nein, nein. Okay. Hör mal, ich will euch nicht töten. FBI Junkies. Ach, du bist meine Freundin. Nein, ich bin nicht. Ich dachte, du wärst eine Frau. Entschuldigung. Ah, da muss ich raus. Du. Okay, dann ignoriere mich, ist in Ordnung. Stirb, stirb. Fuck. Ich hab meinen Unschuldigen getötet. Fuck, das war keine Absicht. Ich hab nicht gesagt, dass das ein FBI-Mann war. Ist okay, komm. Dann machen wir nochmal. Okay. Okay. Okay, geh ich ja jetzt am besten an. Ah, grad wegen den... Also diese Stelle mit dem großen Gang. Ne, wo sich dann die Bösewichte und die FBI-Leute treffen. Ach, okay. Komplett von vorne. Soviel zum Thema Checkpoint, ne. Leck mich am Arsch. Ja, da können wir aber einfach durchrennen. Mehr oder weniger. Nein. Ich hab dich getroffen, schon wieder. Erneut. Wo bist du, Typ? Ich weiß es hier, wo bist du? Achso, okay. Kann ich dich als Geisel nehmen oder so? Das wäre ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich es zerstört. Ah, ah, okay. Kommst du nochmal, bitte? So. Gut, da kann ich mich jetzt hier wenigstens dann auch relativ problemlos durchbewegen. Ich meine, eine Waffe könnte ich... Ja, perfekt. Also vor den FBI-Types brauche ich jetzt erstmal keinen Schiss mehr zu haben. Nur noch vor den anderen Typen. Wir sind jetzt mal langsam unterwegs, aber es ist mir völlig egal. Ich habe wirklich eine stimmungsvolle Musik. Kann man die anderen sagen. Mein Gott, sie stürmen das Gebäude. Was wollen die? Ist das schlecht. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn nicht getötet. Okay, sonst hätte ich den Mission fehlgeschlagen. Okay. Kriegt ihr den hin? Ja, ne? Ne, ne, ich habe nicht geschossen. Braucht ihr Verstärkung? Da ist doch so eine Geisel zu holen. Das wäre ganz geil. Ach, fuck. Der ist natürlich richtig schlecht, ne? Ich schieße mir ins Gesicht, der Penner. Mann! Warum? Warum schwingt er dich? Ich wollte dich als Geisel nehmen, du Penner. Oh, cool. Trainingsraum. Nice. Ja, okay. Tut mir leid, aber... Ich kann nicht anders! Ich habe die rote Hand manchmal noch nicht verstanden. Ganz viel Munition, das ist schön. Okay. Kommst du her, oder was? Ja, leider bist du nicht so blöd. Fuck, okay. Pack die Scheiße weg. Okay. Kannst du sagen, da kommt sie jetzt durchgestürmt. So ein bisschen Spider-Error kann man hier auch machen. Also, so ein paar gescriptete Sachen gibt es hier auf jeden Fall. Hallo! Wer ist hier? Achso, okay. Hätte ich mir natürlich auch einfacher machen können. Bist du jetzt hier im Raum drin, oder? Wo bist du? Okay, du bist tot. Du bist kein FBI-Mensch. Ich weiß, Kopfschüsse würden mehr bringen, aber... So gut muss es, kann ich ja noch nicht zielen. Vorsichtig. Okay. Sieht erstmal gut aus. Ah, okay. Das ist auch nochmal ein Weg. B-E-C-H. Okay, das ist nix. Da ist der Nixe. Au! Medipick. Geil, nehm ich direkt. Friss mal direkt. Ich hätte ihn wahrscheinlich retten können, ne? Alter. Du zählst dir das ab, das ist ja geil. Hehe, Schrotgewehr. Oh yeah. Ne, ne. Neh mal dann schon. Krrkrk. Ich mag Schrotflinten. Gefällt mir mal sehr gut. So. Dann gehen wir mal durch diesen braunen Gang. Ich speichere mal zwischendurch mal ab. Bei vielleicht. Speichern. Ah, guck mal. Eventuell ist das auch mein Checkpoint, den ich dann hab. Dass ich dann quasi, wenn ich nach dem Checkpoint speichere, wieder beim Checkpoint anfange. Und ich hab am Anfang des Levels. Da hab ich mich noch nicht so ganz gerallt, nämlich. Was ist denn da keiner? No, nein, no, nein, no, nein. Pams. Pams. Oh, geile Scheiße. Pams. Pams. Hehehe. Ah, ist das schön. Ein Millipick hatte ich noch. Das ist aus so richtig Duster, Alter. Schön Schottkern. Kapams. Kapams. Was geht. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Feige Schmau. Pams. Ah, lad doch erstmal nach. Danke. Aber finde ich auch cool, wie sich die Musik anpasst, ne? Wenn wir im Kampf sind, wird die Action reicher. Wenn wir da einfach nur normal, ich nenne es mal erkunden, wird die wieder ganz gediegen. So, hier ist auch niemand mehr. Aber da liegt noch was. Nee. Verstehe ich nicht, warum da unten links manchmal so ein Kreis besteht. Ich habe nichts damit zu tun. Okay, du bist jetzt leider in der anderen Waffe. Scheiße. Wo bist du denn hier, sag mal? Okay. Kommt noch jemand. Okay. Nummer eins. Ganz anders, aber noch einer. Sau Geschichte, aber einer ist hier unten auch noch. Da sehe ich ihn doch schon. Sehr gut, okay. Das hat schon mal geklärt. Die Pistole hier ist ungefähr so stark wie die von Half-Life 1, ey. Oh, oh. Na, kann man nicht so gerade eben so vorbeimogeln? Ist in Ordnung. Immer schön für die 9mm die Munition bekommen. Ja, schön ist, die ist auch sehr genau, die Waffe. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Alarm! Ha, 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 ha. Oh, fuck, okay. Da brauche ich auf jeden Fall eine sehr genaue Waffe. Was hast du da für eine Waffe? Ich fasse dann im halbautomatischen Gewehr aus. Also mindestens halbautomatisch. Okay. Können wir auch runter. Ne, will ich noch nicht. Sind auch teilweise recht verworrene Level, ne? Ist nix drin. Oh, ich hab ne Schutzmesse bekommen. Wie geil ist das denn? Kalibant 12 Munition. Weiß ich nicht genau, wofür die jetzt ist, um ehrlich zu sein. Ja, ich will... Das hat mich nur an. Ach, ihr seid.